hallo meine lieben schön dass ihr mir wieder zuschaut ich habe heute einen kleinen tipp für euch und zwar wie ihr es eventuell verhindern könnt dass eure augen nach dem make up anfangen zu trennen es kann natürlich verschiedene ursachen haben aber das verrate ich euch jetzt bleibt dran vielleicht ist es euch auch schon so gegangen ihr habt euch gerade fertig geschminkt geht dann noch mal ein schluck kaffee trinken oder macht irgendwas anderes und merkt auf einmal dass eure augen anfangen zu trennen mir geht das jedenfalls häufig so ich habe es immer darauf geschoben dass ich eventuell eine unverträglichkeit von verschiedenen gemischten make up produkten habe aber habe dann gemerkt dass es eigentlich nur eine einzige ursache haben kann und die möchte ich euch jetzt gerne erklären klar kann es auch zu allergischen reaktionen von make up produkten kommen oder ja die konstellation lidschatten concealer wimperntusche die stimmt nicht so ganz oder ihr seid eben einfach gegen ein paar inhaltsstoffe allergisch und deswegen kommt es zu diesem trend aber worauf ich heute kommen möchte deswegen dieses video wird gar nicht so lang ich möchte euch gerne erklären wie ich herausgefunden habe woran es liegen kann und zwar ich nehme jetzt meine brille mal ab jeder mensch hat ja in seinen augen nämlich hier am augeninnenwinkel unten zwei kleine pünktchen ich zeige sie euch mal ich komme mal näher ran und hoffe dass ich das richtig drauf kriege also hier am rand vom unterlied da ist so ein kleiner punkt und das ist euer tränen wegskanal der bewirkt dass eure augenflüssigkeit die ihr ja nun mal braucht also auch eure tränen und so weiter in den rachen abgeleitet werden das heißt hier geht innen drin so ein ganz kleiner gang hinten in den rachen um jetzt mal so ein bisschen anatomisch zu werden und eure normale augenflüssigkeit wird in den rachen eben abgeleitet und ihr schluckt das runter ganz normale vorgänge wenn ihr natürlich zum beispiel weint dann ist es so dass einfach zu viel flüssigkeit in diesen kanal möchte und der ist einfach viel zu klein um diese riesen mengen an flüssigkeit aufzunehmen aber jetzt komme ich zu dem eigentlichen was ich bemerkt habe wenn ich mir concealer auftrage man trägt den ja dann hier so auf am augeninnenwinkel und geht dann immer schön dahin und verteilt das ganze und verstreicht das ob mit dem pinsel oder mit den fingern ist vollkommen egal und dann kann es passieren wie gesagt es kann passieren es kann natürlich auch eine allergische reaktion sein dass dieser concealer wenn ihr den hier am augeninnenwinkel auftragt in dieses kleine pünktchen gelangt und damit setzt ihr praktisch den stöpsel drauf und eure tränenflüssigkeit kann nicht mehr abfließen so habe ich das jedenfalls bei mir bemerkt und dann gehe ich hin und nehme so ein ganz normales wattestäbchen oder einen wirklich sauberen finger und ziehe mir das hier runter das untere augenlid und fahre einmal mit dem q-tip auf diesem pünktchen entlang ihr dürft natürlich nicht zu doll da reinstechen das ist klar dann fängt man auch wieder an zu weinen aber somit habe ich es vermieden dass mir nach dem make-up die tränen runterlaufen und mein ganzes make-up dann verschmiert ich habe das auch schon ganz oft bei euch in anderen videos gesehen dass sowas passiert und das kann wie gesagt eine ursache sein es gibt natürlich auch erkrankungen da will ich aber jetzt gar nicht näher darauf eingehen wo diese tränenwege auch durch entzündungen einfach immer wieder verstopfen und man muss die dann kompliziert beim augenarzt wieder freistechen lassen und das ist aber jetzt nicht so ganz angenehm aber wenn ihr das vielleicht mal versucht mit dem q-tip einfach hier ganz sanft einmal über diesen kleinen punkt zu gehen oder mit dem finger diesen punkt einmal wieder frei zu machen dann dürfte es euch eigentlich nicht mehr passieren dass es euch hier so im augenwinkel anfängt zu tränen diesen kleinen tipp wollte ich euch einfach gerne mal weitergeben vielleicht habt ihr ja auch das problem oftmals mit tränen in den augen wie gesagt es kann natürlich auch andere ursachen haben ob es erkrankungen sind allergien unverträglichkeiten etc etc aber das habe ich bei mir bemerkt und das hilft mir wirklich gut weiter und meine augen tränen jetzt gar nicht mehr so kurzes knappes video ich hoffe es hat euch gefallen ihr könnt natürlich gerne meinen kanal abonnieren und unten bitte das blöckchen betätigen dann würdet ihr keines meiner videos mehr verpassen und ich würde sagen wir sehen uns dann demnächst wieder in demnächst wieder tschüs eure nicole tschOOO des Vielen Dank.